Klar, als Bremer wünscht man sich natürlich auch im Weserstadion irgendwann zu spielen oder für Werder Bremen zu spielen. Es ist natürlich schön, wieder hier zu sein. Ich meine, ich kenne den Verein in- und auswendig und von daher sieht man alte Gesichter wieder, man lernt neue kennen und es ist einfach wieder schön, hier zu sein. Clemens Fritz war immer im Austausch mit mir und hat sich natürlich um die ausgeliehenen Spieler gekümmert. Und zur zweiten Frage, die Gedanken hatte ich eigentlich nicht. Ich habe mich eigentlich komplett auf die Saison fokussiert, auf das, was ich beeinflussen kann. Und dann war es natürlich schön, als Werder dann auf mich zugekommen ist und dann mit mir verlängern wollte. Ja, natürlich, ich bin Bremer, ich bin mit 13 hierhin gekommen, ich war nur ausgeliehen und natürlich fiebert man dann mit. Man drückt natürlich dem Verein die Daumen und bis zum letzten Spiel saß ich auch wie jeder andere, glaube ich, vor dem Fernsehen und habe gehofft, dass Werder die Klasse hält. Klar, ich habe jetzt viel auf Rechtsverteidiger gespielt und man ist natürlich immer im engen Austausch mit dem Trainer. Das ist jetzt kein Zufall, dass ich Rechtsverteidiger spiele, aber ich kann auch Achter spielen, ich kann auch Sechser spielen. Ich habe bei Oerdingen sogar Zehner gespielt und auch mal Stürmer. Von daher bin ich da relativ flexibel und gebe einfach 100 Prozent da, wo der Trainer mich aufsteht. Ich persönlich probiere einfach nur jeden Tag Gas zu geben und probiere geduldig zu sein, Füße auf dem Boden zu halten und ja, wie gesagt, tagtäglich einfach alles geben und ja, am Ende klar, als so Bremer wünscht man sich natürlich auch im Weserstadion irgendwann zu spielen oder für Werder Bremen zu spielen. Und sonst natürlich auch im Stadion immer angefeuert und klar, es ist ein riesengroßer Traum, mal für Werder Bremen zu spielen und ich wiederhole mich, aber ich gebe jeden Tag dafür alles und fokussiere mich darauf und es wäre einfach wunderschön für mich. Jeder, der hier schon mal drin war, der weiß, was man hier für eine Atmosphäre auch aufbauen kann und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen daran schon fast gewöhnt, ohne Fans zu spielen, weil ich in Uerdingen ja auch schon nach der Corona-Phase dann gespielt hatte. Am Ende des Tages muss man sich einfach nur auf Fußball dann konzentrieren und die andere Sache, die habe ich halt nicht zu beeinflussen. Es wäre natürlich aber trotzdem schön, mit Fans zu spielen und ich sage, dass ich Bremer bin, obwohl ich eigentlich in Göttingen aufgewachsen bin, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man mit 13 halt hierher kommt dann und dann eigentlich fast ein halbes Leben hier verbringt, dann kann man das, glaube ich, schon sagen. Und ja, ich bin mit 13, wie gesagt, hier ins Internat gekommen und wollte hier unbedingt hin. Meine Mutter hat mich schweren Herzens gehen lassen und ja, seitdem spiele ich hier, fühle mich wohl, habe hier mein Abitur gemacht und ja, es ist einfach schön hier zu sein und jetzt hoffe ich, dass es einfach sportlich weiter so geht. Vielen Dank. Vielen Dank.